Wir sind hier auf dem Hof Wietfeld. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, aber auch ein gastronomischer Betrieb. Das ist am Stadtrat von Zelle in der Fuseaue und das ist ein Betrieb, den es schon seit über 500 Jahren hier gibt, im Familienbesitz mit unterschiedlichsten Gebäuden in unterschiedlicher Nutzung. Beheizen ist natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Überlegung, aber auch eine Anschauungssache, da wir selber auf dem Hof Wald haben und es mit dem Fortschreiten der Technik auch irgendwann lukrativ wurde, das Holz nicht einfach zu verkaufen, sondern hier auf dem Hof zu nutzen, haben wir uns Stück für Stück weg von der Ölheizung, der Gasheizung entwickelt und haben überlegt, wie beheizen wir das alternativ und da kamen relativ schnell die Hackschnitzel ins Spiel, insbesondere natürlich auch mit der staatlichen Unterstützung, das in Zusammenarbeit. Wichtig ist eben eine Anlage zu haben, die nicht einfach so dumm ist und ich alles nachstellen muss, sondern wichtig war uns eben, dass wir eine Lambda-Sonde haben, dass eben über die Abgaswerte gesteuert wird, wie viel Luft zugeführt werden muss, welches Brennsystem, das ist natürlich wichtig. Arbeit auf dem Hof habe ich genug, Betriebssicherheit und Effektivität ist für uns das Entscheidende, weil ich mache das nicht als Beschäftigungstherapie für mich, sondern als Erleichterung. Die Abwicklung und des Projekts war eigentlich sehr einfach. Wir selber haben uns natürlich erstmal überlegt, mit wem wollen wir zusammenarbeiten und haben natürlich auch ein Vergleichsangebot gehabt, haben uns aber für KWB entschieden, weil sie einfach starke Partner vor Ort haben, mittelgroße bis große Sanitär- und Klempnereibetriebe, die dort eben reichhaltige Erfahrung haben mit der Abwicklung und man dort einfach nicht alleine gelassen wird. Es war immer im Hintergrund KWB mit der Fachkenntnis des Betriebes, der es gebaut hat, mit der Firma Schulz und diese Zusammenarbeit hat einfach gut funktioniert. Ja, natürlich wurde auch der Preis verglichen mit den Mitbewerbern und das hat auch gepasst, alles bestens. Die Situation war die, dass hier sehr viele Gebäude versorgt werden mit Einzelheizungen, teilweise mit Flüssiggas, mit Ölheizungen noch und Herr Wietfeld, unser Kunde, sich dafür interessiert hat, das halt zentral zu lösen und das dann Möglichkeit hat auch mit erneuerbaren Energien. Also KWB, das liegt bei uns halt sehr nahe, da wir schon seit über 25 Jahren mit der Firma KWB zusammenarbeiten, und da auch sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Partnerschaft ist uns sehr wichtig, wir haben einen direkten Ansprechpartner, wir haben eine sehr gute Betreuung vor Ort, auch der Service der Kundendienst ist sehr nah. Wir waren auch vor Ort in St. Margareten in Österreich und haben uns das mehrfach angeguckt und auch viele Gespräche geführt damals, heute noch sogar und mögen und schätzen halt auch die Innovationen, die da stattfinden. Also gerade die Produkte von KWB im Großanlagenbereich, das merkt man schon, sind speziell eben auch für diese landwirtschaftlichen Betriebe und Großanlagen auch konzipiert, das merkt man schon. Also wichtig ist bei einem bei einem störungsfeilen Betrieb ganz ganz sicher nicht unbedingt wirklich auf das billigste Produkt zu setzen und natürlich auch einen Wartungsvertrag abzuschließen. Sei es mit uns als KWB, eigene Servicemannschaft, die das bieten können oder eben mit einem unserer vielen ausgebildeten Partner. Zuzüglich macht es sogar Sinn, teilweise sechs Jahre beziehungsweise zehn Jahre Komfortpakete abzuschließen. Die drei Vorteile einer modernen Hackschnitzelheizung sind geringer Strombedarf, saubere Verbrennung, somit Ersparnis, robuster Betrieb und deshalb lohnt es sich in eine Premium Heizungsanlage zu investieren.